Hallo liebe Kinder, ich bin's wieder, Theresa. Hi und ich freue mich, dass die Schnecke dabei ist. Wie geht's dir? Guten Morgen, ich heiße doch Shanti. Shanti, genau. Schön, dass du da bist. Gut geht's mir und wie geht's dir, Theresa? Mir geht's auch gut. Ich bin hier in der Kita und ich möchte dir heute ein paar Gesten zeigen. Weißt du noch, was das ist? Oh, das waren diese gezeigten Wörter, richtig? Das sind gezeigte Wörter, wenn dir die Worte nicht einfallen. Wir machen mal zum Anfang ein ganz leichtes. Was könnte denn das sein, Kinder? Was denkst du? Löffeln? Löffeln? Genau, ich esse etwas. Oh, essen. Und was dazu gut passt, das kennt ihr bestimmt auch. Was könnte das sein? Trinken. Trinken ist das, genau. Das war die Geste für Trinken. Als nächstes zeige ich euch diese Geste. Was war denn das? Fliegen. Fliegen, prima. Ganz was anderes. Habt ihr das auch erraten? Als letztes haben wir noch eine. Die geht so. Was mach ich denn hier? Oh, Kinder, da müsst ihr mir helfen. Ich bin doch eine Schnecke. Ruft mal ganz laut. Was macht Theresa da? Richtig, ich hab's gehört. Shanti, ich fahre. Genau. Das ist die Geste für Fahren. Genau. Und jetzt haben wir wieder schöne Gesten gelernt. Probiert die zu Hause aus und wir sehen uns morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017